Hi Leute! Also, ich bin total aufgeregt. Ich habe Ratten gekriegt. Die sind super süß und voll intelligent. Ich bin elf Jahre alt. In meinem Kanal steht jetzt, ich bin 44. Aber wenn ich elf geschrieben hätte, wäre ich da nicht reingekommen. Also, ja. Aber ich wollte das unbedingt machen, weil Ratten sind so cool. Und ich wollte jetzt einfach in meinem Kanal mal so Videos von meinen Ratten zeigen. und euch zeigen, dass Ratten eigentlich super intelligente, süße Tiere sind. Also, an alle Leute, die sich davor ekeln, braucht ihr überhaupt nicht. Und der Schwanz ist total weich. Der ist überhaupt nicht hart oder fleischig oder keine Ahnung. Und die sind total weich und lieb. Und denen kann man sogar Kunststücke beibringen. Und, ja, jetzt mache ich jede Woche so ein, zwei Videos, was ich mit meinen Ratten so mache. Und, ja, bis bald! Und... ... Vielen Dank.